Voll los, du Wichser! Ich hätte dir fast schon wieder ins Gesicht geschossen. Du bist zurück. Tombstone ist noch am Leben. Nett mich am Arsch. Wir dachten, du wärst totkoppelt. Ja, Mann. Scheiß, als ihr weg wart. Wo ist Jinjay? Geht's ihm gut? Nicht geht's noch? Das ist gut. Ja, Jinjay ist in Sicherheit. Ich bring euch hin. Sergeant Pekowski, was ist mit den Flüchtlingen? Marines, ihr bleibt bei ihnen. Tombstone muss zur Krankenstation. Nach ihm, Sergeant. Sichert die Ecken. Hey, Pek. Was ist in Singapore passiert? Wie bist du da lebend rausgekommen? Ich hab mich bei den Eiern, aber ich bin davongekommen. Lass mich. Hab mich nur gefragt, wie du so ein dreckiges Mund weggekriegt hast. Das kommt daher, dass ich mit dem Loch im Bauch durch einen ewig langen Abschluss gekrochen bin. Näher an die Hölle kommst du nicht mehr. Du bleibst bei mir, Rack. Wir greifen gleichzeitig ab. Öffne die Tür. Los, 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 los! Los, los, los! Ich käufe ab. Aufpassen! Los! 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir müssen ihn hier rausschaffen. Sie waren mehrere Tage bewusstlos. Sie sollten nicht reden. Meine Stimme ist meine Waffe. Wenn ich schweige, bin ich nichts. Ich habe die Waffen abgelegt, Captain. Meine Brüder werden mich nicht töten. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Ihre Brüder halten Sie für tot. Sie sind ein Ziel wie wir und man wird versuchen, sie zu vernichten. Dann müssen Sie mich sehen. Erkennen, dass ich noch atme. Sie werden Ihre Mission vergessen und die Waffen niederlegen. Lassen wir sie rein und warten ab? Ja. Das war ein Witz. Irish Wacker bewacht die Tür. Das ist mein Ernst. Wenn wir kämpfen, ist es vorbei. Ich öffne die Tür selbst. Hören Sie zu. Wenn die Sie sehen, sind Sie tot. Nur diese Tür hält sie noch am Leben. Mit dieser Verletzung sollte er nicht mal aufstehen. Er ist nicht bei klarem Verstand. Hier drin bin ich unsichtbar. Bin ich bereits tot. Das gilt für uns alle. Wenn ich mein Gesicht nicht zeigen, nicht zu meinen Brüdern sprechen kann, ganz ohne Furcht, habe ich verloren. Ich muss wissen, wo ich stehe. Öffnen Sie die Tür, Sergeant. Das ist ein Witz. Zurück! 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 Wir müssen uns allen zeigen, dass wir uns noch nicht mehr verletzen. Wir müssen uns noch nicht mehr verletzen. Hey, das ist auch ein Feuer. Genau, das ist ein Feuer. Das ist auf dem Feuer. Das ist wirklich. Das ist ein Feuer. Das ist ein Feuer. Das ist ein Feuer. Der Panner hat es tatsächlich geschafft. Und was jetzt? Draußen ist alles voller chinesischer Soldaten. Die werden ihn erkennen. Verlass euch drauf. Du Scheiße! Was macht denn das jetzt her? Es ist Cheng. Nördlich von uns liegt ein Kriegsschiff. Der dreckige Bastard. Der wird die Wahrheit zusammen mit allen anderen begraben. Können wir zuschlagen? Wir haben nichts. Alles weg. Nicht mal C4? C4 haben wir genug, aber was zum Teufel sollen wir damit? Gib mir einfach einen Ripp und so viel C4, wie du noch übrig hast. Das kann nicht dein Ernst sein, Irish. Doch. Absolut, Sir. Okay, Peg. Sexy. Wrecker. Irish. Ihr Komplett. Hannah, bist du ganz sicher? Jin Jin. Okay. Wir sind die Jiankang. Viel Glück. Okay, ich will einen Ripp von der C4. Vorbereitet und startklar. Sofort. Reilung. Wir sind unterwegs. Das war unglaublich. Ist ja immer so? Ja, an seinen guten Tag. Bist du sicher, dass ihr nicht verheiratet seid? Ich bin mit dem verheiratet, wofür er steht. Hey, Hannah. Hast du dir je gewünscht, die Dinge wären anders? Klar tue ich das. Aber bis es soweit ist, kämpfe ich weiter. Du bist in Ordnung, Hannah. Hier bitte, Sergeant. Du kommst nicht mit, Peg? Ihr bleibt am Leben. Das ist dein Befehl. Wird ausgeführt. Passt auf die Valkyrie auf. Solange wir weg sind. Hurra! Nimm mich doch! Fahr schon weg! Wieder so eine Scheißidee! Das ist sogar bestimmt nicht mit der Teller! Ich bin mit der Fischsteinsicht! Wir sind fast durch! Fortress, jetzt ist Gunstone bereit. Wir nähern uns unserem Zielfall. Over! Hier Fortress! Das Schiff setzt uns ordentlich zu. Also gebt alle Möchtlichkeit Gas. Over! Statt, Fortress! Over! Okay, steil! Willst du, Stormstone? Jetzt fällt! Das ist unser beschützter Attack! Jetzt unterliegt! Ja, verdammt! Jetzt unterliegt! Alles okay? Wir sind im toten Winkel. Bereit machen! Gesichert! Irish? Irish? Keine Sorgen. Da kann nichts passieren. Schon klar. Hergestellt in Schweden. Ach, da geht's mir gleich viel besser. Fortress! Hier ist Stormstone 3. Sind in Position. Sprengung vorbereitet. Die ist euer Status. Over! Wir sind fast erledigt. Also jagt es hoch! Hannah! Drück den Knopf! Verdammt! Da stimmt was nicht! Es ist rot! Keine Verbindung! Wrecker? Scheiße! Geh mal her! Shit! Wir müssen noch mal runter! Wrecker! Wrecker! Hast du noch eine von den C4-Sprengladungen? Gut! Gib sie her! Du riskierst dein Leben nicht, Hannah! Ich bin Irish, schon vergessen? Der Glückspilz! Gib sie mir, Wrecker! Wrecker! Ich riskiere jeden Tag mein Leben für mein Land! Gib mir das C4! Dein Land braucht dich lebendig, Hannah! Du machst das nicht! Punkt! Komm schon, Wrecker! Jinji und alle auf dem Schiff sterben, während wir uns streiten! Gib mir das C4, Wrecker! Es ist mein Gottverdammtes Schiff, Hannah! Komm, Kumpel! Auf geht's! Entscheide dich, Wrecker! Los, Wrecker! Du entscheidest! Ich glaub's nicht. Die Valkyries Geschichte. Wir haben's versaut. Hört mir zu. Man kann Schiffe versenken. Man kann Leute auslöschen. Aber eine Vision kann man nicht töten. Okay? Wir überleben. Wir sind Überlebende, Tombstone. Tombstone, hier Gatekeeper. Wir haben die Kontrolle über Suez zurückerlangt. Habt ihr da unten jemanden gefunden? Negativ, Gatekeeper. Keine Überlebenden. Ich korrigiere. Keine außer uns. Ich war früher gern in den Bergen. Mir gefiel diese Ruhe. Tja, ich hatte einen Onkel. Onkel Jay. Er hat mir alles gezeigt, was man wissen muss, um auf dem Land zu überleben. Ich dachte, du wärst ein Stadtmensch. Stimmt, und zwar durch und durch. Aber mein Onkel lebte nicht in der Stadt, sondern in Carolina. Er ist vor langer Zeit weggezogen. Wo ist er jetzt? Er ist nicht mehr bei uns. Das tut mir leid. Ach. Was soll man da schon machen? Das Leben geht weiter, oder? Man muss einfach das Beste aus seiner Zeit machen. Wir verlieren viele Menschen, die wir lieben. Zu viele und zu früh. Manchmal denke ich, es wär besser, sich aus allem rauszuhalten. Wird vieles leichter machen. Nein, so ist das nicht. Was du auch tust, du darfst es nicht bereuen. Niemals. Komm, sag es, Hannah. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Ja, so ist es richtig. Genau das ist es. Ich bereue nichts. Ich bereue nichts. Absolut gar nichts. Ganz genau. Ich bereue nichts. 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 Wir können uns, in der Nähe, zu 400 Meter geben. Vielen Dank.